was geht ab liebe freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren runde von battlefield 1 wir spielen den modus rush wir sehen haben da gerade auch begonnen supportet das ganze das wäre nice supportet das ganze wie gesagt das wäre nice schreibt was in den kommentaren lasst eine bewertung da und weiter geht in action und tot ja holt er mich na danke das ist very nice von dich okay zack zack bahn war das nein 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 nicht schon wieder ist aia ja 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 jetzt kriegen wir schon in ok da ist sie was die bewegung bewegung gesehen und das ding ist platt geht auch noch dabei was geht ab ja wartet hier auch kurz dann warten wir mal kurz bis einschläge vorbei sind das war's glaube ich oder hier kann man sich wieder auf munitionieren das ist very nice machen wir kommanda wir greifen an auf nach b und diesmal nicht davor dass der freund ich habe daraus gelernt immer alleine vorzustürmen wo steckten der gut steckt er ist auf jeden fall nicht mehr da so wie es aussieht rasieren wir die hier ganz gut war war da stand doch einer von uns ach nee ok schöner buck hängt in der mauer fest naja alles wird gut gut wo sind sie denn wo sind sie denn wir haben beide einsatzziele erobert ja es geht rasch hier wartet bis die feindliche artillerie das feuer ein bisschen vor robben da ist einer der hat doch sowas von glück gehabt der meister schütze hat mich erledigt attackiert die neuen einsatzziele machen wir sodele ach wenigstens noch zwei mitgenommen das loben wir uns doch oder ich wollte die kiste nur schon mal öffnen damit wir sie besser gleich ist ok braucht man nicht wo was das denn was war das denn vor allem da ist der panzer erst und der hat mich nach vorne geschoben anscheinend den sprengsatz an einsatzziele muss man wieder besser umschauen ich habe jetzt auch zwei tage kein bett gespielt soll keine ausrede sein aber da braucht man immer noch ein bisschen wieder um da rein zu kommen nur weg in dem moment als die granate rüber schmeißt kommt gegnerischer panzer wie crazy ist denn das wir haben sie verrückt ist das denn noch ei 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 dann kommt auch noch pech dazu na 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 nein nein ach das ist ärgerlich das ist extrem ärgerlich weil fliegen tue ich euch nicht an da bin ich nicht der experte drin ok plopp 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 und du da hinten da ungefähr nein warum kann ich nicht schießen ist das eine beschissene kacke da ich habe welche gesehen ungefähr da sind das schon weg du darfst du auch gar nicht mehr leben oder alles klar der hat nur noch zwei energie pünktchen und rasiert mich einfach so weg als ob ich nichts wäre da was steht denn da unser homie was ist denn der da am warten ist der doof naja irgendwie backt das spiel grad ein bisschen einfach mal vorrennen wo ist er denn ich höre ihn doch ich höre ihn doch hallo jetzt kann ich nicht mehr schießen alter verwalter was ist denn das so buggy im moment wo hallo schön schade ich habe gedacht ich kriegen mit der granate den sniper killer da unser kollege da ist da irgendwas am abkacken somit müsste eigentlich direkt aus dem team schmeißen ja oh Gott wo ist denn der ich will ich hab und zu krieg ich immer du da Gut, na, wir hatten die Granate da geschmissen. Das ist aber nicht nett. Hüpf. Super, sauber, sauber. Okay. Versuchen wir es mal mit dem Pferd. Mal wieder. Ich versuche es. Oh, da haben wir schon mal einen. Steig ab! Steig ab! Das war ja eine linke Nummer, ja. Das war ja eine echt linke Nummer. Mach die Tür auf! Oh. Die Tür geht doch tatsächlich noch auf. Okay. Wow! Ja, und das Feldgeschütz. Sauber! Oh. Komm ich noch da oben hin? Komm ich noch da oben rein? Ja. Habe ich geschafft. Sprengsatz, ein Einsatzziel, Bertha, platzieren. In der Fall hier hinziehen, würde ich sagen. Ja, das scheinbar anscheinend ganz locker zu halten. Number One. Haben wir gerockt. Den Shit. Den Shit haben wir gerockt. Wow, das war aber mal wieder knapp. Geh mal weg. Nicht, dass das meiner war. Oh nein. Komm, ich will hier raus. Will nach A kommen. Yo. Die hat gesessen. Die hat gesessen. Wir machen auf jeden Fall erst mal die Türen hier frei. So, für bessere Sichtfeld. Die hat gesessen. So. ja zum schluss wieder rasiere ich hier fett die party ab oder auch nicht zu sehr auf das gebäude konzentriert ja da will ich auch gern sein mit einem geschehen aber nicht hier oben hier könnte man runter oder ja sie ist richtig nein 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 alles klar und noch ein ja nein war einer auch erwischt meine herren der endspurt ist da würde ich sagen so rein rein koste ist was es wolle komm hallo scheiße 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 der lebt immer noch der lebt tatsächlich immer noch der feind hat den sprengsatz an einsatz ziel leider leider gut da muss volle sprengkraft her alles klar du scheiß scharfschütze du kannst mich mal mich kriegst du nicht hoffe ich jetzt müssen wir hier hoch ich höre den flammenwerfer nein 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 jetzt haben sie es aber gut im griff scheiße du scheiße okay okay ja ich muss gerade checken wo ich bin die wir hier alle liegen ach hört doch auf man warum steht mir alle vor wie habe ich das denn überlebt er hat mich abgeschlossen aber gewonnen sauber zum schluss habe ich gut aufgeholt gutes mittelfeld vielen dank fürs zusehen schaff es hat euch spaß gemacht auch wenn er anfangen ein bisschen lau war supportet das ganze weiterhin dass wir eins nah ist hauen sie rein